Hallo, wir sind das Prinzpartner Halle Oberschleißheim, Prinz Tommy der Erste und Prinzessin Saskia die Erste und wir hatten am 5.1. unsere Intonisation. Was habt ihr denn als nächstes vor an Bällen noch oder Veranstaltungen? Wir haben am 26.1. unseren Galaball, dann noch einige kleinere Auftritte und auch größere und unseren Weiberfaschen haben wir am 28.2. So, und das ist die Jugend, ihr seid? Wir sind das Kinderprinzippaar, Prinz Benjamin der Erste und Prinzessin Rebecca die Erste. Ihr habt sehr viele Kinder die bei euch auftreten, Jugendgarde, Kindergarde, was macht ihr da? Also, bei den Teenies haben wir das Motto Mary Poppins und in unserem Walzer ist es die Schule und das Biest. Was machen die Erwachsenen, Tänzerinnen und Tänzer? Wir haben ganz klassisch die Garde und unser Tanzmattichchen, also mit Beine schmeißen und Spagaten. Die Männer haben dieses Jahr das Thema Piraten, die hätten das Thema Disney und wir mit der Showtanzgruppe haben Carly Grün und Show als Thema. Wir sind Piraten, 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 Piraten mit dem Steffert, Piraten mit einer Hakenband und einer Hakenband. Wir sagen jetzt nicht, wir sind diebelstagsgegenheit, keine Läge aufgenommen, also mit dem Sonnenbep chor Weil. Ich muss mich 옛날 im Gang wird nicht die Palette Noskenland und absorbieren. Wir estamos unter anderem die Dag des mirrors Monteboarden bat. Wir sind der Kneine der Gerät, dass der Untertitelung des ZDF, 2020